hallo zusammen wie geht's euch also ich bin chrissa mit meinem richtigen namen christin de scheur aber alle nennen mich nur chrissa und da höre ich auch ganz gut drauf ich möchte euch heute mal meine neue meinen neuen youtube kanal vorstellen mit allem was ich gerne mache ich bin multi passioni wie man so schön sagt ich interessiere mich für viele 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 sachen und ich mache zum beispiel häkeln basteln aller aller art bastelsachen makramee ich koche auch gerne und ich lese auch viel und ich möchte gerne meine leidenschaften und alles was ich so mache möchte ich euch gerne vorstellen und vor allen dingen euch auch erklären wie es funktioniert ein paar von euch kennen mich vielleicht schon von meinem anderen youtube channel den ich zusammen mit meiner freundin amber mache ombre chrissa de campin car vielleicht habt ihr schon mal gesehen oder von verzeihung schon mal gehört davon aber das ist jetzt was ich jetzt hier mache ist total unabhängig davon hat damit überhaupt nichts zu tun ich werde natürlich weitermachen den den anderen youtube kanal kanal je nachdem wie ihr wollt also hier habt ihr anleitungen zu häkel sachen zu genähtem koch rezepte basteln alles was ich so mache ich arbeite auch gerne mit holz und macht macht wirklich ganz ganz viele verschiedene sachen hier gibt es anleitungen dafür und wenn euch das gefällt wenn euch das interessiert könnt ihr also gerne hier bleiben und mal schauen was ich so mache ja noch was dieser kanal ist zweisprachig französisch und deutsch es gibt also französische anleitung und deutsche anleitung das sind dieselben genau die gleichen ich werde also keine zwei videos machen die sind nur einmal auf französisch einmal auf deutsch und damit ihr das besser unterscheiden könnt und nicht jedes mal überlegen müsst ist es jetzt französisch oder ist es jetzt deutsch mache ich die in zwei verschiedenen farben das heißt alles was deutsch ist ist hauptsächlich orange die farbe orange und alles was französisch ist ist hauptsächlich blau farbe blau also so könnte das leichter unterscheiden braucht nur die miniatur angucken und die farbe ist es blau ist französisch ist es orange ist es deutsch ok wenn ihr wollt dann bleibt doch bei mir und guckt mal was ich so mache und ja ihr könnt euch auch gerne abonnieren aber das finde ich eigentlich immer blöd ist zu sagen also gut sage ich hab hab nichts gesagt alles klar ich wünsche euch eine schöne zeit bis gleich ich hab noch was vergessen ganz wichtig für mich für euch vielleicht weniger aber für mich ich lebe seit 2017 fulltime in meinem wohnmobil ich habe nichts anderes mehr kein haus keine wohnung gar nichts mehr und ich reise kreuz und quer durch westeuropa und das werdet ihr schon sehen hier im hintergrund vielleicht das ist also kein haus keine wohnung ist kein appartement das ist wirklich in meinem wohnmobil und alles was ich mache das ist in meinem wohnmobil